Ich habe keine Ahnung. Hauptsache ich habe ihn mal frei gemacht jetzt. Und jetzt kann ich mal hier die Erze noch abgammeln. Ja, natürlich klar, dass der Hund hier reinkommt. Egal, dann mache ich dich... Ne, ich mache dich nicht zu, das wäre Assi. Ich warte einfach, bis du wieder rausgehst. So, zack, 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 zack. Geht doch. Man muss nur den Hunden eine Möglichkeit geben. Und dann machen die das auch. Die lernen das dann auch. Also schön wäre es. So, Blei. Sieht irgendwie ganz komisch aus. So, so, blass. Fängt ja auch mit BL an. Und, geh da bitte raus. Toll. Oh Mann. Dankeschön. Wäre nett von dir. So. Jetzt gehe ich mal... rüber. Da ist noch was. Gehe ich mal rüber in meine... Wöhnung. Oder soll ich hier gerade ein Loch in die Wand reinboxen und gucken, wo ich rauskomme, oder was? Eigentlich wäre das... Wäre das besser. Hier ist die Mitte. Ne, die Mitte ist da. Was bringt mir aber die Mitte? So, warte. Ich gehe einfach mal hier. Schaue ich mal, wo ich rauskomme. Ah ja. Guck mal, hat doch perfekt gepasst. Na gut, da muss ja noch die Treppe hin. Hm. Aber von der Höhe her passt das natürlich perfekt. Was mache ich denn jetzt, Mensch? Ich bin gerade komplett hier, ne? Warum fehlt da denn so eine Pipe? Macht er doch gar nichts mehr, der Dinger hier. Was mit dem? Er will irgendwie nicht. Kann das sein? Warum macht er denn aber nichts? Warum machen die da oben nichts? Warum arbeitet der nicht? Ach, halt, der arbeitet ja, aber der da hinten nicht. Und warum? Der hat keinen Strom. Aber es ist doch... Es ist doch Tag. Das ist ein Nachtsensor. Der braucht Low. Er kriegt aber Heil. Aber gleich kriegt er Low. So, wie wäre es denn? Wenn ich den ein bisschen weiter runter mache. Und zwar... Und zwar... Hier hin. Und hier nehme ich dann mal wieder Redstone raus. So ein Riesenunterschied macht das jetzt nicht. Es geht hier ab. Ah, da geht es schon richtig ab, Alter. Okay. Scheint zu funktionieren. Nur könnte der halt... ...ein bisschen mehr ausgeben, eigentlich, als 30. Aber ist ja egal. Der kann maximal 4.000 rausgeben. Und er gibt auch maximal 4.000 raus. Hm. Aber warum... ...hab ich denn da jetzt ein Item-Dukt? Wenn der gar keine Items ausgibt. Verstehst du, was ich meine? Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich da hin mache. Ich würde sagen... Alter, ist ja alles geladen hier. Ich muss auf jeden Fall mal die ganze Wand aufräumen. Und der macht hier auch fleißig weiter. Das ist gut. Was ist mit dem da? Der will gar nicht, weil er kein... ...Elektrotin rauszieht. Und der hier... ...der hat auch nichts wirklich Großartiges. Hm. Das ist jetzt... ...ein bisschen knifflig. Weil ich brauche von denen hier noch jede Menge. Und dazu brauche ich ja... ...ein Basis-Silo. Genau. Ich brauche ein Basis-Silo dafür. Was ist wieder für eine Scheiße-Laber, Junge. So, Hunde. Ihr passt mal auf die Schafe auf. Ich kann das nämlich nicht so haben, wenn die da so rumrennen. So, es gibt da einen Tisch, der heißt Projekt... ...Projekt... ...Projekt-Tisch? ...Projekt-Bank. Da werde ich mir mal... ...craften. Aber... ...normal. Was ist das? Das ist normaler Stein. Ja, easy. Zack. Was kann man damit machen? Dem habe ich mal erzählt... ...was man damit machen kann. Ey, ich habe keine Ahnung. Aber was ich jetzt mal noch mache, ist das hier. Ich mache einfach nochmal von denen. Und zwar... ...falls der noch so funktioniert wie damals natürlich... ...weiß es gar nicht mehr. Ich stelle den jetzt mal da hin. Erstmal speichern, falls halt irgendwas schief geht. Man weiß es ja nicht. Und dann kann man da... ...so was hier machen. Was auch immer, das hier ist jetzt gerade. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Inferium raus... ...und mache das hier rein. Und dann kann ich eigentlich... ...genau, dann kann ich so machen. Und dann craftet der mir das immer. Aber jetzt muss ich natürlich... ...so machen. Geht das überhaupt? Kann ich den jetzt mit einem Rechtsklick aktivieren. So, jetzt geht er runter. Gibt da die Items nach unten aus, hoffentlich. ...ja, easy. Dann kann ich eigentlich so machen. Und das war zu viel. Ja, jetzt kann ich hier halt diese Block of Inferium-Essence machen. Und dann kann ich daraus halt wieder die... ...die Dinger hier machen. Wie auch immer man die macht, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das nervt mich jetzt ein bisschen. Der schaltet viel zu früh, schaltet der ein. Und ich glaube, der da oben kriegt gar kein Wettstone-Signal. Weil der hier halt komplett übertreibt. Das habe ich gar nicht mitgedacht. So. Jetzt vielleicht, vielleicht geht es, vielleicht auch nicht. Mir egal. Was macht der jetzt? Aha. 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 Wenn da mal Items reinkommen, kann ich das machen. So. Ich könnte aber auch mir das einfach sparen. Das hier. Und die Projektbank. Nach da oben verschieben. Dann kriegt ihr das Zeug automatisch. Das geht ja richtig ab hier. So. Ich mache aber nochmal weiter. Ne. Die hier brauche ich. Ja. Das waren jetzt zu viele sogar. Dann schmeiße ich aber das hier mal weg. Und das hier. mache ich mir jetzt mal hier wieder ein Stack. Zack. Gucke ich mal, wie viele ich damit craften kann. Wahrscheinlich gar nicht viel. Aber wenigstens ein paar. Und dann geht das Zeug noch mehr ab. Achso. Achso. Warte mal, ich brauche Stein. Da habe ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so viele davon. Ach. Nö. Dann muss ich das irgendwie anders machen jetzt. Weil das sind hier so viele Sachen, die ich hier habe. So. Dann machen wir mal. Zack. Jetzt habe ich schon gar keinen Stein mehr. Kann ich den vermehren? Sowas war jetzt das Problem. Ach. Okay. Ja. Gut. Dann machen wir mal weiter. Zack. Hallo. 64 Stück, das sieht doch gut aus. Irgendwann schubse ich den Hund noch runter. Das weiß ich. Das weiß ich ganz genau. Ein Stück verrottet das Fleisch und er ist wieder fit. So. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Die Fackel hier kommt natürlich weg. Aber was mache ich denn jetzt mit den Dingern hier? Das sollen ja gar keine... Mann. Warum habe ich da Itemdukte hingemacht? Kann mir das einer erklären? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, warum ich das gemacht habe. Ach du Scheiße. Als ob das schon alles war. Als ob das das Ganze war, was wir hatten. Junge, was machst du denn? Kann ich das irgendwie anders machen? Da ist noch was drin. Jetzt greift mich gleich ein Kombi an. Aber die Hunde kümmern sich drum. Oder auch nicht. Ich will nicht meine Pflanzen kaputt machen. So. Du bist der Inferium, Junge. Das kann ich glaube ich jetzt gar nicht droppen. Das kann ich nur so machen. Das dauert ja ewig so. Also ich glaube wir haben genug Inferium tatsächlich. Das wäre das erste Mal, wo ich das sage.